Aufnahme 3, 2, 1 1, Go! Wer ist jetzt bei wem im Team? Uh, ja! Diki hat Dings, ich bin bei Broti Rozi! Ah, jetzt geht das schon wieder los, ja Wo ist denn du? Da ist sie ja! Iiii! Iiii! Ich bin schon lange raus aus dem Spiel Nie raus! Ich hab schon lange nicht mehr gespielt Weil es nicht ging Ja, fuck! Aber wo ist es denn das? Konnte ich mir denken Weil du hast es schon voll in die Richtung gezielt Alter, meine Grafik hebt sich ja oha Oh! Ja, nee, ist klar Das war ohne ein Anflug Im Anflug Hm Jo, was ist denn das für eine Waffe? Jo! Rikki! Nice Style, Alter! Gibt man eine Superwohnung? Ei! Ei! Eikaramba! Bäm! Das war Nummer 1, wo ist der zweite? Und wo hier? Da, 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 da! Was? Na was? Wabb , hll Darum mal schießen Bicyfrig Ja, aber wie? Ich bleibe, glaube ich, doch eher bei meiner Waffe בw vou olv uwu wu 我 Ach, ich stehe vor mir Au! Der und seine scheiß Raketen hat sie gut 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 ja 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 ergebnissein geil warum weil sie fliegen können hat er mich noch ist die stadt statt ich schieße ich noch mal die rakete ab die unter mittleren maustaste wenn es um was wolltest du denn von mir ich hab dich doch voll erwischt nein mich hast du nicht erwischt ich muss hier erst mal wieder reinkommen im spiel stopp scheiße was soll ich stopp 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 das ist okay guck mal voll nicht getroffen ich hab schon den schritte verdient aber mich hast du nicht erwischt der lief bin und da war die gräle auch ich bin jemand gelaufen jetzt bist du gegen die wand gelaufen oder kommt noch eine oder kommt jemand um kundig eine andere waffe haben die scheiße hier nach das grundschutz war gerade zu Ende am ersten mal hatte ich zwei rotes symbol und ich nicht getroffen leu so ging es mir eben bei anubis oh 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 die ist doof die ist doof die waffe die ist doof alter du überlebst jedes mal zwei schüsse das gibt es nicht es gibt es zu auch ab 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 wo soll er nur ziehen wer ein Nubes und weiß ich nicht ich bin ein Tonnen der Liebe wohin gerannt ist kein Plan alter hat haben die 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 geringen gewünscht ja ich zieh direkt auf ihn drauf aber treff ihn nicht no Brodie jetzt von Waffen macht zu viel Dämmischen was zu dicht an meine Waffe braucht zwei Schuss dann liegst du und feuer pro Sekunde breitzehen Schuss raus danke auch hoch hier das der Arsch langsam Ein Schuss kam noch raus, so war halt gedroßend scheiße. Der einschwein. Ne, wenn ich dein Ding da annehme, ey, dann kann ich ja gar nicht mehr Klammerten laufen. Ja, da konnte ich nichts mehr machen, da war Spawnschutz noch drauf, alles. Ach Mist. Brauchst du dich da nicht verschatzt hinter der Röhre? Ich bin nicht doof. Geil. Komm, 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 komm. Oh, jetzt kommt Riki. Er ist weg. Trotzdem habe ich die drei hier, die sich untereinander verpasst. Ich hab grad... Das ist gemein, ich hab doch grad meine Dings gewechselt hier, meine Munition. Ja, und da kommt Riki um die Ecke. Danke. Darf ich nicht doof. Ja, ich hab's nicht doof. Alter, läuft er vor mir und ich erwisch ihn nicht. Ja, das Ding, was du hast, ist sträufelt wie ein Schneepflug. Ich hab doch grad jemand gesehen. Ja. Du musst die Waffe erst verbessern, bevor die wirklich was bringt. Wenn ich sterbe, nimm mal meine. Ich hab dieselbe wie du, nur meine schon voll aufgebaut. Hast du ja Sicht? Ja. Oh, da ist jemand. Hast du jetzt meine Knarre gekreilt, oder was? Nee, das ist doch nicht. Schlapp dir mal meine Waffe. Ah, du bist... Oh, 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 oh. Yooo, was ist denn das? Da, da, da. Da, da, da. Yo, und da geht's. Ach, ist das. Ja, er hättest mir ja mal eben mal zeigen lassen können. Du wolltest mich messern. Nein, das wollte er nicht. So was tut der Brutti doch gar nicht. Ach. Er hatte keine Moni mehr. Leck mich, Riki. Gruß an deine Freundin. Halt. Ich war fürs Böse, oder? Ich konnte sie nicht mal abfeuern. Ach, da steht so eine Rotzi. Da schnappst du gleich nochmal. Mach mich in Ruhe. Und da war ein Riki. Ich muss die sowieso noch ein bisschen, Devin. Ich will noch mal einen neuen Lauf haben. Stehen denn die? Ich bin gerade nicht ins Visier gegangen. Bei der Waffe musst du nur Visier schießen. Du hast keine Chance. Ein HP habt ihr übrig gelassen. Toll. Au. Aber so hat die getroffen. So hat sie getroffen. Jetzt wird es extrem unfair. Die trifft auch auf Entfernung. Ich darf dann aber nur Schuss selber machen. So, ich halte mich mal raus. Warum? Wieso? Weil dann noch einer nachgejoint ist. Ach, der DIN. Sevent. Wo jetzt? Gegen uns? Ja. Ja, gegen euch. Ich stehe in der Base und mache nichts. Da, da, da. Ich habe einen Kopfschuss. Oder sowas. Oder sowas. Oder sowas. Oh, Gitter. Ey. Da gehst du weg da oben. Au. Aber hat den Regie noch gut getroffen. Nicht leider. Den Jimmy wie ich noch nicht verpassen. Böhrbier. Na, aber auch gerade am Nachland. So, versteckt ist in der Betriebe. Oh, ich habe mit 2 0 KD ist okay. Boah, da hat meine Drohne getötet. Ja. Ah, ihr habt auch noch einen bekommen. Ich darf wieder mitspielen. Stealt er mir den Kill. Booty, ich dachte du jetzt nicht raus? Ne, ihr habt auch noch einen bekommen. Au. Ich war doch da hinten beschäftigt, Mann. Ich stehe jetzt 4 gegen 4. Jetzt fühlt sich die Lobby. Oh, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Da ist noch einer bei euch. Will der mich freuen? Was hält der Typ aus? Ey, nee. Das ist... Was ist? Ja, ihr habt auch welche nachbekommen. Ja, ja. 4 gegen 4. Ich komme jetzt gerade nicht klar. Weil es so viele sind. Ja. Aber... Läuft. Läuft. Irgend... Oh. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Hau ab. Warten da. Ich komme hier nicht raus. Ja, alter, was ist denn das für einer? Der wird mir angezeigt als unsichtbar, weißt du? Der ist klar bei mir in Sichtfeld, weißt du? Und trotzdem, ich baller auf den Einen, passiert aber nichts. Zwei Stück kommen von der Einen. Junge, da müssen sie zu zweit kommen, mich überhaupt erstmal runterzukriegen, Alter. Zwei sind immer besser als einer. Tschüss, Hotzi. Hotz, 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 Hotz. Ja, ich nehme jetzt mal den Hotzen gleich ein. Mal. Jetzt war viel Schuss, aber... Was ist da an der Seite? Ey, hier kommen wir nicht mehr raus, oder? Das Ding ist weg. Okay. Boah, hau ab! Sende 2010, ich glaube, den schlitze ich gleich mal mit meinem Messer auf. Oh, Riki läuft der mir vorbei. Tch, 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 tch. Eigentlich... Wir sind vorne am Eingang. Eigentlich begehen wir hier schon fast jetzt Sporncamping. Oh, der hat mich geholt. Oh, der hat mich geholt. Tch, tch, tch. Tch, tch, tch. Oh, der hat mich geholt. Oh, der hat mich nicht. Ey, es kann nicht sein. ab damit wohl trinkt vorhanden zwanzig als erlaubt im Moment besser was läuft hier ab das ist ja 29 die Arne ich meine von meiner Truppe weil ich das da so ist es nicht nur hier nachricht und so mal nach. Frohe Ostern. Wie viel Uhr? 19 Uhr. Dann gehe ich mal am besten jetzt runter. Gleich kommt mein Bruder sonst an. Ich verabschiede mich.